Hallo, ich bin Lucy Kaffee. Ich bin aus Deutschland, ich lebe in England. Ich bin auf der Wiki Arabia 2019. Ich bin hier als Forscherin und freue mich darauf, zu lernen und zu verstehen, wie die arabische Community arbeitet, wie sie interagiert und einfach zu sehen, wie alles in der arabischen Welt, in der Wikipedia-Community funktioniert. Dankeschön, für das ich hier bin.